Und wir starten rein mit einem Knaller, und zwar Skullranger ist wieder am Start. 342 Tage her, crazy shit. Wir haben ein paar Stiles natürlich hier. Man bekommt natürlich die beiden Varianten hier. Es ist schon nice, oder? Also die ganzen Halloween-Sachen, die wieder reinkommen, ich feier das. Dahl-Varianten hier bei der Skullsickle. Auch geil, die letzte Variante. 1200 V-Bucks. Und wie gesagt, das ist ja 342 Tage her. Kommt natürlich nicht alleine, kommt natürlich mit dem guten Skull Trooper am Start, der mit drei Varianten kommt. Einmal die Standard-Variante, dann einmal diese grüne Variante und dann natürlich einmal die weiße Variante. 1500 V-Bucks, ebenfalls genauso lange her, 342 Tage. Mit Backbling jetzt auch zwei Varianten. Einmal, wie ihr sehen könnt hier, dann umgekehrt die Farben mit dem Weiß und Schwarz. 400 V-Bucks dafür. Und mit dem Crypt Cruiser am Start, was ich auch geil finde, muss ich sagen. Auch Selectable Styles natürlich. Zwei Varianten. 1200 V-Bucks für den hier. Und der kommt natürlich mit Challenges. Also Ghost Portal Backbling könnt ihr dann holen. Also ihr kennt das wahrscheinlich noch, das Ghost Portal Backbling. Die OG-Farben natürlich nicht. Beziehungsweise das Lila, Purple, was auch immer. Aber 342 Tage her. Richtig crazy. Weiter geht's mit noch einem coolen Skill. Und zwar dem Jelly. Der ist jetzt nicht ganz so lange nicht mehr im Shop gewesen. Der war jetzt vor kurzem erst drin. Und zwar vor 35 Tagen. Drei Varianten hinten bei seinem Backbling. 1200 V-Bucks. Kommt natürlich auch nicht alleine. Mit den Scumpys dazu. 35 Tage her. Dann bei den Dailies geht's weiter mit dem Fenix. Der ist am Start. Mit dem Backbling Fox Pack. Also der Fuchs wieder drin. 52 Tage her. Wir haben Magma drin. Einer der beliebtesten animierten Raps, würde ich sagen. Feiere ich immer noch. 58 Tage her. Wir haben Nightlight drin. Night Elite. Ziemlich nice. 800 V-Bucks. 48 Tage her. Und ein paar E-Mods sind natürlich auch noch am Start. Buckle Up ist drin. 35 Tage her. Wir haben Facepalm drin. 23 Tage her. Und 18 Tage war Wiggle zuletzt im Shop. Und bei der Special Offer Seite sehen wir, dass wir da noch Bunny Moon drin haben. Die ist ja dann gestern erst reingekommen. Und Treat Your Service ist auch drin. Das war auch gestern erst drin. Also Highlight geht natürlich raus an die beiden Skull. Zum einen Skull Ranger, zum anderen Skull Trooper. Schreibt gerne mal rein, was eure Highlights sind. Und ob ihr euch einen von denen holt, würde mich mal interessieren. Den waren ja mal mega OG-Skins. Beziehungsweise der Skull Trooper zumindest. Und bin mal gespannt, wie viel die Lobby wieder voll sind mit den ganzen Halloween-Skins jetzt in dem ganzen Monat. Richtig crazy. Also, Shop bekommt von mir heute eine 7 von 10. Ist ein cooler Shop auf jeden Fall. Supporten können wir mich mit dem Creator-Code Vansnipes. Freue ich mich immer drüber. Like und Sub auch. Und über jeden, der bei Twitch reinschaut. Jeden Tag, so circa 15, 16 Uhr bin ich live. Kommt gerne vorbei. Ich würde mich freuen über jeden, der am Start ist. Wir spielen alles Mögliche. Und wir brauchen noch jede Menge Spieler bei einigen Games. Also würde ich mich immer freuen, wenn neue Leute dazukommen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.